Wir sind heute an der Osteopathie am Zentral bei meinem Nachbar Mike Stadler. Er hat das Unternehmen gegründet und er hat mich um Finanzberatung gefragt. Mike, ich möchte nicht viel über dich erzählen, erzähl dir auch selber, wer du bist. Michael Stadler, wie du gesagt hast. Ich bin seit 6 Jahren hier in Zürich, relativ klein selbstständig geworden als Osteopath. Zuerst in der Gruppenpraxis und jetzt seit gut 3 Jahren hier am Zentral. Mit der eigenen Praxis, mit 3 Mitarbeitern. Langsam aber sicher kommt der Moment, wo ich mir Gedanken mache, zur Vorsorge im weitesten Sinne. In der Vergangenheit habe ich einen erheblichen Teil der Umsätze des Geschäfts immer wieder ins Geschäft investiert. Dieser Teil ist jetzt ein bisschen kleiner am Werten. So dass ich mich fragen oder dich fragen, was ich jetzt mache. Ich bin seit 6 Jahren hier in Zürich. Ich bin seit 6 Jahren hier in Zürich. Das ist jetzt ein bisschen wichtiger.